Hast du dich schon mal gefragt, warum es Zentrum so wichtig ist, bei den Kollegen vor Ort zu sein? Als gewählte Betriebsräte bieten wir allen Kollegen bei Fragen und Problemen im Betrieb eine kompetente und engagierte Unterstützung an. Unser Schwerpunkt liegt nicht in langgezogenen Ausschusssitzungen und stundenlangen Besprechungsmarathons, sondern direkt im Werk und an den Arbeitsplätzen. Wir sind zur Stelle, wenn es Auseinandersetzungen im Betrieb gibt, wenn beispielsweise übereifrige Vorgesetzte oder Personaler den Bogen überspannen. Dann stehen wir an eurer Seite. Wir sind von euch gewählt, um uns um eure Belange zu kümmern und für eure Interessen einzusetzen. Das ist unsere Verpflichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017